Jeder spricht gefühlt momentan von der künstlichen Intelligenz. Egal wo du im Alltag hinschaust, überall ist die künstliche Intelligenz bereits in gewissem Maße präsent und sicherlich bist du mit dem Thema auch schon mal in Kontakt gekommen. Viele Dinge nutzen wir im Alltag, ohne dass wir es überhaupt wissen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Auch als Online-Händler müssen wir natürlich davon profitieren und das effektiv nutzen. Insbesondere hier für die Produktfotografie und für Produktpräsentation ist das ganz natürlich wichtig und hier möchte ich dir in diesem Video ein Tool zeigen, wie du das effektiv und kostengünstig für dich nutzen kannst. Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie bereits angesprochen, soll es heute um künstliche Intelligenz gehen und ihr seht es schon hier. Es geht hier um die Produktfotografie, um die Produktpräsenz, die ihr hier mit dem Tool Pick Copilot sehr gut in Szene stellen könnt. Und ja, das Video wird auch präsentiert von diesem Tool und ihr seht es hier schon, was ist hier alles möglich. Wir haben die Möglichkeit, hier verschiedene Hintergründe für unsere Produkte darzustellen und diese besser in Szene zu stellen. Wir haben viele andere Tools, die wir uns gleich alle anschauen werden. Zuerst einmal möchte ich hier auf der Seite zeigen, was so möglich ist. Wir können zum Beispiel auch den Hintergrund entfernen lassen von Produkten, der unnötig ist. Oder wir können hier verschiedene andere Hintergründe hinzufügen. Wir haben auch die Möglichkeit einer Sprachübersetzung direkt im Text in verschiedenen Sprachen. Auch haben wir die Möglichkeit, hier auch künstliche Intelligenz basiert, verschiedene Models uns auf verschiedene Kleidung zum Beispiel anzeigen zu lassen. Ihr seht es hier, die meisten von diesen Tools sind wie gesagt KI basiert und erleichtern uns das Ganze hier, Produkte in Szene zu stellen. Alle Informationen, die ihr hier in dem Video seht, findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie natürlich auch oben in der Infobox blende ich ab und zu ein. Falls natürlich weitere Themen interessieren in Bezug auf Produktfotografie, aber insbesondere auch E-Commerce, verkaufen und kaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay. Abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ja, lasst uns mal direkt starten und dann klicken wir hier oben einfach auf Start Create. Und wenn ihr euch dann ein Profil erstellt, habt ihr hier diese Übersicht. Ein Profil kann ich jetzt schon mal ansprechen, könnt ihr euch kostenlos erstellen lassen. Hier sind viele Dinge, die ihr auch kostenlos nutzen könnt. Einige Dinge kosten selbstverständlich auch Geld und sind zahlungspflichtig, dennoch sehr effizient und kostengünstig. Wir haben wie gesagt das Copilot Free Paket, was ihr hier mit 50 Points dann aufgeladen wird. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, verschiedene Dinge KI-basiert zu nutzen. Aber es gibt auch hier den Pro Plan und den PIC Copilot Pro Plus Plan, der hier dementsprechend monatlich abgerechnet wird oder auch jährlich. Da könnt ihr sogar 16% sparen. Guckt euch die ganzen Sachen ins Spezielle an und guckt, was für euch wichtig sein könnte, was ihr nutzen könnt und was ihr braucht. Ich habe hier die kostenlose Version in erster Linie erstmal und das reicht voll und ganz für die ersten Schritte, für die ersten Berührungen mit diesem Tool. Und ihr seht schon hier in der Übersicht, welche Möglichkeiten wir hier haben. Wir haben hier halt die Produktbildwerkzeuge. Überall, wo ihr so ein grünes Free seht, ist dementsprechend kostenlos und ihr könnt es kostenlos nutzen. Ich werde mit euch gleich einige Beispiele einfach durchgehen, Schritt für Schritt. Und dann würde ich einfach sagen, beginnen wir mal mit der ersten Sache, was sehr oft vorkommt. Und zwar möchtet ihr den Hintergrund eines Produkts entfernen lassen. Ich habe hier beispielsweise ein paar Bilder zum Beispiel gefunden, wie zum Beispiel diese Flasche, wie ihr sehen könnt. Und natürlich sollte man so ein Bild auch so nicht fotografieren. Idealerweise fotografiert man immer mit weißem Hintergrund. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Schaust dir gerne an, oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir das Ganze. Und hier wollen wir dann dementsprechend diese Flasche, diese Trinkflasche ausschneiden. Wer mit Programmen wie Photoshop und anderen Bildbearbeitungsprogrammen gearbeitet hat, weiß, dass das sehr, sehr mühselig sein kann, dieses Bild jetzt zum Beispiel hier rauszuschneiden. Wir haben die Möglichkeit, bei Co-Pilot das Ganze komplett kostenlos zu machen und das in Sekundenschnelle. Ich zeige euch das mal. Und zwar füge ich jetzt dieses Bild hier einfach rein. Ich lade es hoch und es dauert nur wenige Sekunden und schon wird euch das Bild ausgeschnitten angezeigt. Ist das nicht cool? Es geht wirklich sehr, sehr schnell. So, jetzt drücke ich auf Upload bestätigen und dann haben wir noch ein paar Möglichkeiten hier, diese Trinkflasche noch zu modifizieren. Verschiedene Hintergründe einzublenden, wie zum Beispiel jetzt hier in weiß. Und so ist es natürlich ein viel besseres Produktfoto, als es vorher gewesen ist. Ihr seht hier Kleinigkeiten, die jetzt zum Beispiel von dieser Holzplatte reflektieren, sind natürlich unumgänglich noch da. Aber nichtsdestotrotz ist es echt gut gemacht. Wir haben hier noch weitere Hintergründe, die wir uns einblenden können. Und in der Regel ist auch schon mal in meinen Videos kommuniziert worden, ist es immer besser, einen weißen Hintergrund zu nutzen. Das sind teilweise bei Amazon auch Voraussetzungen, dass man ein Produkt nur mit weißem Hintergrund einblendet, ohne irgendwelche anderen nebensächlichen Dinge, die da auftauchen. Ja, und das ging wie gesagt in Sekundenschnelle. Ich kann hier auf Download klicken und schon ist das Ganze hier heruntergeladen. Sehr spielerisch und einfach, wie das Ganze hier geht. Und das könnt ihr mit jedem Produkt so machen, was ihr braucht. Schon mal ein sehr, sehr gutes Tool. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, auch sofortige Hintergründe zu unseren Bildern mit weißem Hintergrund oder auch anderen hier hinzuzufügen. Wir machen das einfach mal für so eine Kamera jetzt als Beispiel. Ich habe hier auch so ein Bild. Da ist eigentlich ein weißer Hintergrund, dennoch ist der nicht so gut. Aber für dieses Bild müssen wir natürlich einen durchsichtigen Hintergrund, also gar keinen Hintergrund haben. Und das bestätige ich einfach mal. Und schon seht ihr, diese Kamera wurde ratzfatz ausgeschnitten. So sah das Ganze vorher aus und jetzt ist diese ausgeschnitten. So, dann habt ihr die Möglichkeit, hier verschiedenste Hintergründe für euch zu wählen. Ihr seht es hier. Um ein Produkt schön in Szene zu stellen, könnt ihr hier verschiedenste Hintergründe auswählen. Ihr seht hier, das Ganze wurde hier mit einem Duft gemacht. Aber auch andere Produkte eignen sich hierfür. Zum Beispiel sowas hier. Ihr könnt leider nicht die Vorschau sehen. Aber hier haben wir auch tatsächlich kostenlose Hintergründe, die wir nutzen können. Und da haben wir die Möglichkeit, auch eine Vorschau einblenden zu lassen. Und ihr seht schon, die Vorschau ist leicht ein bisschen trüb hinten im Hintergrund. Aber die wird nachher ganz klar. Und einfach zu Vorführzwecken möchte ich euch das Ganze hier kostenlos zeigen, wie das aussehen kann. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Bild zu verkleinern, damit das proportional auch zu dem Bild passt. Und jetzt zum Beispiel diese Kamera stellen wir auch hier hin. Auch haben wir die Möglichkeit, hier die Bildauflösung zu verändern. Wir können sagen, wir brauchen eine individuelle Bildauflösung. Oder wir können sagen, wir möchten hier ein senkrechtes Bild haben, beziehungsweise waagerechtes Bild. Und dann zum Beispiel als Banner nutzen für euren Online-Shop oder eure Anzeige oder Artikelbeschreibung, wo ihr das Ganze einblendet. Und dann müsst ihr natürlich gucken, dass das Bild hier auch gewissermaßen reinpasst ins Bild. Ich schiebe mal jetzt den Tisch so nach vorne und kann das Ganze so dann dementsprechend nochmal positionieren. Und ihr seht schon hier, zack, und dann jetzt erstellen. Jetzt wird das anhand der künstlichen Intelligenz einmal hier zusammen erarbeitet, komplett im Hintergrund, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Und wie gesagt, spielerisch einfach und das Ganze in Sekundenschnelle. Ihr seht schon, es ist gleich fertig und dann haben wir das entscheidende, vollkommene Bild. Ihr seht, wunderbar, auch hier mit den ganzen Schatten in Szene gestellt. Und ja, sehr schickes Bild, so kann man das auf jeden Fall machen. Wenn man mag, kann man nachher noch Texte hinzufügen, was auch hier funktioniert. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Und ja, wir kriegen hier zwei Varianten des Bildes. Tatsächlich unterscheidet sich hier nicht viel. Wir haben hier nur einmal den Tisch und die Schatten verändern sich, aber der Tisch bleibt so gesagt gleich. Und ja, sehr, sehr cooles Tool, wie ich finde. Und auch das komplett kostenlos. Ihr könnt es jetzt beispielsweise herunterladen und schon das Bild nutzen. So, des Weiteren haben wir hier bei der Produktbildwerkzeugen, haben wir die Möglichkeit, auch richtig schöne Banner zu erstellen. Das mache ich auch einfach mal mit der Kamera. Ihr könnt natürlich auch andere Bilder hinzufügen. Wir haben hier tatsächlich sogar eine Kamera, die hier eingeblendet wird. Aber ihr habt hier sehr, sehr viele verschiedene Bilder und dementsprechend auch in verschiedenen Kategorien. Ihr könnt euch hier beispielsweise direkt, ich zeige euch das mal hier am besten. Ihr habt hier verschiedenste Vorlagen, die ihr dann sortieren könnt nach verschiedenen Themen. Wie zum Beispiel, wo war das jetzt nochmal? Hier habt ihr dann, sagen wir mal, Summer Sale oder ihr habt Muttertag, was jetzt vor kurzem ja war. Dann habt ihr vielleicht Neujahr Sale oder Black Friday. Und das Ganze wird exakt angepasst für euch. Und dann könnt ihr natürlich diese ganzen Texte und Logos und auch solche Sachen wie Preisrabatte, wie hier 75% Rabatt, alles komplett individuell verändern mit Farben, mit Schrift und Größe. So, wir suchen uns jetzt einfach mal für die Kamera was aus. Das ist ja was Cooles hier auch mit der Kamera hier. Auch dazu zu sagen, ist natürlich auch verschiedenste Größen. Wenn ihr jetzt beispielsweise so eine Größe braucht, dann könnt ihr das dementsprechend auch machen. Hier zum Beispiel ein sehr cooles Bild, was wir auch verwenden wollen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, auch die Bilder direkt zu laden. Und er wird den weißen Hintergrund ausschneiden und dann könnt ihr das Bild dementsprechend hierfür nutzen. So, auch hier ist es nämlich so, wie ich mich erinnern kann, dass wir nicht direkt den Hintergrund sehen, weil dieser Hintergrund wird nachher an das Bild, an unser Produkt angepasst. Er stellt das gerade eben. Aha, er hat das tatsächlich sogar schon erstellt. Und zwar haben wir da auch zwei Varianten, wie ihr seht. Wenn euch das nicht so zusagt, könnt ihr natürlich jede andere Vorlage auch nutzen. In dem Falle wollte ich das nur zuvor für Zwecken einmal zeigen. Also die Kamera wurde jetzt hier so positioniert und ich finde, die ist echt gut in Position gekommen. Ihr könnt hier dieses Black Friday verändern. Ihr könnt den Text hier verändern. Ihr könnt das Shop Now verändern. Ihr könnt die Farbe dazu verändern. Ihr könnt beispielsweise hier so einen Grünton, was eigentlich Golden viel schicker war, hinzufügen. Ihr könnt hier die Schrift verändern. Die Größe, alles. Wie gesagt, ganz einfach. Drag and Drop Vorgang. Dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, das Ganze einmal zu verändern. Dann auf Deutsch, falls euch das mehr zusagt, bis zu 75% Rabatt. Das auflöschen wir einfach mal. Und schon haben wir hier ein schickes Bild. So, und dieses Bild könnt ihr jetzt zum Beispiel herunterladen. Ihr seht es schon hier. Hier haben wir Wasserzeichen, die jetzt hinzugefügt sind. Weil dieses Bild ist jetzt dementsprechend hier nicht kostenlos, sondern kostenpflichtig. Das Ganze kostet euch 5 Points. Für die Gratis-Version und Gratis-Account bekommt ihr 50 Points schon mal on top geschrieben. Und ihr könnt hier verschiedene andere Sachen, hier zum Beispiel Neukundenbonus, könnt ihr ausfüllen. Hier einmal teilen und als Lesezeichen hinzufügen. Dafür bekommt ihr dann weitere 10 Bonus-Punkte und könnt das Ganze, wie gesagt, nutzen und ausprobieren. Einmal kurz nochmal zu den Paketen. Ihr seht es hier, wir haben hier 7 Tage Gratis-Proben, Probetage, die ihr nutzen könnt, um das Tool einfach vollwertig auszuprobieren. Um hier zu schauen, ob euch das zusagt oder nicht. Ich lade das einfach mal herunter. Und dann schauen wir uns das Bild mal im vollen und ganzen an. Hier haben wir das Bild schon jetzt drinnen. Und so würde es dann quasi aussehen, was ihr dann bei euch in den Online-Shop oder in die Artikelbeschreibung hinzufügen könnt. Ist einfach sehr, sehr einfach gestrickt und sehr, sehr praktisch gemacht. Und das auch wirklich für kleines Geld, muss man verhältnismäßig sagen. Und ihr könnt das Ganze für euch dementsprechend hier individualisieren. So, kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen Tool. Und zwar zum Beispiel Wasserzeichen entfernen. Was auch sehr, sehr gut ist. Viele kennen das mit Wasserzeichenentfernung. Haben das vielleicht auch mal mit Photoshop ausprobiert und so. Das kann wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier funktioniert das Ganze ratzfatz. Ich mache das jetzt mal mit so einer Uhr. Und hier geht das Ganze spielerisch einfach. Ihr markiert nur die Stelle, die entfernt werden soll. Natürlich könnt ihr den Pinsel auch die Größe verändern. So, und dann will ich gerade, dass das hier einfach entfernt wird. Und wenn ich dann auf Bestätigen und Entfernen drücke, wird das Ganze im Hintergrund mit der KI direkt übernommen. Und gleich wird es entfernt. Passt trotzdem auf. Ich mache das hier wegen Vorführzwecken. Mache ich das einfach mal. Selbstverständlich dürft ihr nicht jedes Bild so verändern. Auch veränderte Bilder können urheberrechtlich geschützt sein. Deswegen seid da vorsichtig und informiert euch da. Und nutzt nicht jedes Bild sofort einfach blind. So, und ihr seht, das Logo oder die Schrift der Marke wurde entfernt. Ja, wenn man beim Genauen hinschaut, merkt man natürlich, dass da was verändert wurde. Aber wenn das Bild dann so in der Größe in einem Bild erscheint, dann wird es den wenigsten auffallen, überhaupt den Fokus darauf zu setzen, dass da irgendwie vorher was stand. Sehr cooles Tool. So was kann zum Beispiel, wenn man das mit Photoshop machen würde, gibt es auch Werkzeuge wie der Stempelwerkzeug, aber das nimmt wirklich Zeit in Anspruch. Und das Tool oder das Programm selbst kann sehr viel Geld kosten, was hier für sehr kleines Geld und zwar kostenlos möglich ist. Ja, also nicht mal kleines Geld für andere Dinge und andere Werkzeuge kosten Geld. Aber hier könnt ihr das Ganze einfach kostenlos herunterladen und habt das Bild jetzt in voller Größe. Ich blende euch das nochmal ein und dann habt ihr das Bild definitiv hier direkt verändert. Oh, das war jetzt das Falsche. Das ist das Richtige. Finde ich sehr, sehr cool, dass die das hier kostenlos anbieten, um das Ganze einfach auch ausprobieren zu können. So, gucken wir uns mal noch was anderes an und zwar hier gibt es Model-Wechsel-Tools. Ihr könnt auch virtuelles Anprobieren machen. Wir können das erstmal die kostenlose Sache uns anschauen und dann gucken wir uns das andere nochmal an, wo wir wirklich Klamotten auch anprobieren können. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, ein Bild von einem Model hochzuladen, wie zum Beispiel, was ihr dann auch in einem Banner anzeigen möchtet, um das Ganze zu bewerben, um es attraktiv darzustellen und präsent zu machen. Und hier wird direkt gezeigt, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, was das Bild für ein Upload, für ein Profil haben muss. Ihr seht hier Beispiele. So darf das Model aussehen. So darf es auch aussehen, wie eine Puppe, aber so einfach ein hängendes Kleid oder so und so darf es nicht sein. Okay, ich habe mir hier mal ein Bild herausgesucht von einem Model und das lade ich eben mal hoch. So sieht das Ganze aus und bestätige den Upload. So, nun wird das Bild analysiert und einmal über die KI komplett kenntlich gemacht. Hier seht ihr auch direkt schon das Grüne hier, was ihr hier seht, ist natürlich jetzt nicht das Grüne Kleid oder das Grüne Oberteil und Unterteil, sondern das Grüne wurde markiert, dass das bleiben muss. Wir wollen jetzt nur das Gesicht und den Typ dieses Models verändern. Und da würde ich einfach sagen, haben wir hier einen hellen Typ vom Model, wir nehmen einfach einen dunklen Typ. Auch hier ist das Ganze tatsächlich kostenlos. Wir haben verschiedene Models natürlich auch, die kostenpflichtig sind, auch Kinder und ältere Menschen sind hierbei, aber viele Sachen sind kostenlos. Ich drücke einfach mal auf die Dame hier, dann haben wir noch die Möglichkeit, die Haarfarbe zu verändern. Ich würde das Ganze einfach auf Standard belassen und wir können hier den Hintergrund verändern. Ich sage mal so, diese Dame wird jetzt gerade hier in der Straße irgendwo stehen. Ihr könnt aber auch das Original nehmen, heißt mit weißem Hintergrund, bietet sich vielleicht an. Und das Bild erstellen. Auch hier dauert es nur wenige Sekunden und schon ist das Bild gleich fertig. So, das hat jetzt tatsächlich etwas länger gedauert, weil hier wirklich vieles ein bisschen speziell verändert wurde. Es kommt auch oft auf die Größe des Bildes an und natürlich die Intensivität, was hier verändert werden muss. So sah das Model vorher aus und jetzt guckt euch das mal an. Und wenn ich das gleich herunterlade, es ist ja wirklich auch kostenlos, werdet ihr sehen, wie super und wie detailreich das wirklich so exakt gemacht wird. Das ist nicht einfach irgendeine digitale, erstellte, es ist natürlich mit künstlicher Intelligenz erstelltes Model jetzt. Aber es ist nicht dieses Digitale, was man so sonst kennt von irgendwelchen, ja wie so ein Roboter-Gesicht. Nein, es ist eine wirkliche Persönlichkeit, die hier drin steckt. Ich war echt baff, wo ich das Ganze gesehen habe. Und ihr seht, was hier wirklich mit der künstlichen Intelligenz möglich ist. Wir haben hier sogar zwei Beispiele erhalten und die Gesichter ändern sich leicht. Es ist zwar immer noch der gleiche Typ so, aber es ändert sich ein bisschen der Hintergrund, es ändert sich ein bisschen das Gesicht, ja die Schatten und so weiter. Wie gesagt, das war vorher das Bild und das ist das Bild danach. Ich lade das Bild einfach mal runter oder einfach beide, um euch die nochmal näher zu zeigen, wie super das eigentlich dargestellt wird. So, lade ich euch mal eben hier hoch zum Präsentieren und schaut euch das an. Das ist echt Bombe, also Bombe. Diese Person könnte es in echt auch geben. Und das macht diese künstliche Intelligenz so perfekt, so ideal, dass man sagen könnte, das ist ein echtes Model, das ist ein echtes Bild, obwohl das mit KI erstellt wurde. Und jetzt schaut euch mal die Kleidung an. Die Kleidung ist exakt die, die auch das Model vorher getragen hat. Wirklich super Tool und das Ganze noch zu sagen und ich betone es, kostenlos. Ihr könnt das Ganze kostenlos nutzen. Ohne Lizenz frei könnt ihr diese Bilder einfach nutzen. Ich möchte euch noch ein weiteres Bekleidungswerkzeug zeigen und zwar das virtuelle Anprobieren. Hier können wir nämlich fotografierte Produkte, Kleidung, sowohl Oberteile als auch Unterteile abfotografieren mit weißem Hintergrund und das an Models anprobieren lassen. Dazu klicken wir hier einmal auf Bekleidungswerkzeug und können uns dann dementsprechend das Oberteil oder Unterteil aussuchen. Wir werden das mal mit Oberteilen und Unterteilen ausprobieren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit noch komplette Outfits anzuprobieren, aber auch Einteiler. So, beginnen wir mal mit den Oberteilen. Dazu habe ich mal eins rausgesucht und zwar zeige ich euch das Ganze. Es ist so ein Top bzw. so ein Oberteil für Damen. Das lade ich hier mal einfach mal hoch. Das wird dann dementsprechend angepasst und wir können den Upload bestätigen. Auch hier haben wir die Möglichkeit verschiedene Models auszusuchen. Da würde ich das Ganze hier anhand dieses Models anprobieren lassen und klicke auf Jetzt erstellen. Und somit wird das Ganze dann anhand vier Beispielsbildern für uns erstellt. Lassen wir uns überraschen. So, das hat jetzt wieder eine Weile gedauert. So wurden hier vier Beispielsbilder erstellt. Ihr seht es hier direkt. Das Model hat das Oberteil an und es ist echt passgenau für das Model und für den Körper angepasst von der KI. Und das finde ich echt schon beeindruckend, wie gut das ist. Wir können uns das einfach mal nochmal anschauen. So sah das Top aus. Sehr zentral. Und jetzt ist das auch dementsprechend an das Model angepasst. Auch die Schräglage von dem Model, wie sie steht, ist dementsprechend berücksichtigt. Ihr seht es hier. Wir haben auch hier mehrere Beispiele bekommen. Wir sehen hier einmal mit Hosen, mit kleinen Röcken und auch sowas hier. Also echt ideal das Ganze. Ihr könnt euch dann die jeweiligen Models herunterladen, die Bilder und für eure Produktbilder nutzen. Das gleiche möchte ich einmal für so eine Hose machen, also als Unterteil. Eine Herrenhose, auch relativ einfach gemacht. Hier fotografiert mit weißem Hintergrund. Ihr müsst bei dem Hochladen achten, worauf, wie die Kleidungsstücke auszusehen haben. Ihr seht es hier. Die müssen mit weißem Hintergrund sein und relativ zentral gerichtet. An Models, wo die Kleidung schon hängt oder so eine Schräglage oder gar sogar auf Kleiderbügeln, funktioniert das Ganze natürlich nicht. So, ich lade jetzt hier die Hose einmal hoch und möchte das dann dementsprechend einmal... Achso, ihr müsst erstmal auf Unterteile einstellen und dann ladet ihr einfach das jeweilige Kleidungsstück hoch. So wird uns dann einmal hier ein Muster gezeigt. Okay, Upload bestätigen und auch hier habt ihr die Möglichkeit wieder zwischen verschiedenen Models zu wählen. Dann nehme ich hier den Herren und möchte das Ganze erstellen. Auch hier bekommen wir gleich vier Bilder direkt als Beispiel herangezeigt und können uns dann die jeweiligen Bilder aussuchen. So, nach gerade mal 20 bis 30 Sekunden sind auch die vier Beispiele dann erstellt und ihr seht es hier echt ideal. Die Hose sah wie gesagt so aus, sehr zentral und hier passt sich das dem Körper ideal an. Ihr seht es hier auch mit anderen Schuhen in anderen Positionen, auch teilweise hier mit passenden Oberteilen dazu. Echt super finde ich das Ganze. Ihr könnt es dann dementsprechend herunterladen und für euch nutzen. Das Ganze sieht dann dementsprechend in hoher Qualität auch ordentlich und vernünftig aus und ihr könnt das für eure Fotos nutzen. Ich finde das ein sehr gutes Tool, vor allem für die, die sich damit beschäftigen bzw. solche Produkte in ihren Online-Shops oder auf Marktplätzen anbieten. Die KI, die wird ständig weiterentwickelt. Ob das jetzt ChatGPT ist oder auch solche Video- und Grafik-KI-Tools sind, immer ist die Weiterentwicklung hier fortlaufend und somit werdet ihr immer bessere Ergebnisse bekommen. Deshalb nutzt die KI für euch als Händler, um eure Produkte, eure Präsentationen besser in Szene zu stellen. Ich hoffe, das Video war auch für euch hilfreich. Falls noch Fragen sein sollten, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten alle Informationen, wie schon gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr könnt mit diesem Tool vieles bewirken. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Alles Gute. Ciao.